Dr. Wolfgang Wodak ist aus der SPD ausgetreten und zur Basis gewechselt, kandidiert wohl für Mecklenburg-Vorpommern. Dr. Rainer Füllmich ist wohl Kandidat in Sachsen-Anhalt. Aber das große Problem ist, dass überall der große Wurf fehlt. Großer Wurf, ganz großer Wurf oder Mini-Reförmchen. Und im Moment entscheiden sich alle, doch konservativ zu bleiben, sozusagen. Man sieht den Riesenskandal. Man sieht, hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte die Wunschgeschwindigkeit immer einstellen. Man sieht, dass alles schief läuft, dass das Gesundheitswesen die Welt beherrscht, dominiert. Übrigens sind auch wieder interessante neue Sendungen bei dem besten Fernsehsender News und Talks für in der Playlist 6. Wieder neue Sendungen, auch eine Sendung mit Dr. Wolfgang Wodak drin und so weiter. Aber auch zum Thema Schweinegrippe-Skandal. Ja, also man erkennt, dass das Gesundheitswesen die Welt beherrscht mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, ihre Geschäfte macht auf Kosten der Weltbevölkerung. Aber man möchte dann vielleicht in dem Bereich was ändern, aber lebt in der Illusion weiter, dass es in den anderen Bereichen besser aussehen würde. Und das stimmt eben nicht. Es sieht in den anderen Bereichen genauso schlimm aus. Der Bereich innere Sicherheit, das Rechtsanwaltwesen ist genauso marode und kaputt wie das Gesundheitswesen. Überall haben wir es mit Fehlanreizen im System zu tun. Überall haben wir dieses Schädliche, dass schlechtes Tun stärker belohnt wird als gutes Tun. Weswegen ja unser Lösungsmodell auch heißt, dass wir endlich gutes Tun stärker belohnen müssen als schlechtes Tun. Damit wir endlich eine Welt des Gutes Tuns bekommen. Und diese mangelnde Erkenntnis, dass da jetzt wieder Leute in Parteien sind, die auch wieder nur ihr Süppchen auf Kosten der Gesellschaft praktizieren. Ohne böse Absicht. Denn der Witz ist ja, dass sozusagen, ja, wo ist es denn? Es ist ja so, dass die Leute sozusagen nur ganz wenige kriminelle Lügen praktizieren und kriminellen Betrug und dadurch antikooperativ gegen die Gesellschaft handeln und den Wählerinnen und den Wählerinnen Schaden und Geschäfte auf Kosten der Wählerinnen machen. Die meisten meinen es gut, glauben aber die vorteilbringenden Irrtümer ihre eigenen Sparten und handeln dadurch schlecht. Und verdienen ganz viel Geld auf Kosten der Gesellschaft, glauben aber dabei, sie würden Gutes tun. Und das ist doch das Gefährliche daran. Ja, das Gefährliche ist gerade diese Illusion, diese Selbsttäuschung. Und jetzt haben wir in der Basis, in der Basis, in der Partei auch viele Leute, die natürlich ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer ihrer Sparten nicht sehen. Und jetzt nur so immer Projektion, immer die anderen. Das Gesundheitswesen handelt jetzt schlecht und tut Schlechtes und schadet dem Rest der Menschheit. Aber nein, meine eigene Sparte nicht. Nein, wir sind Engel. Ich selber bin ein Engel. Nur die da draußen, die Bösen da draußen, die tun Schlechtes. Aber doch nicht ich und nicht meine Sparte. Dabei ist es so, die Next Scientists for Future sind auf der Welt die einzigen, sind die einzigen, die eben sagen, nein, wir alle handeln schlecht. Weil das ist der Systemfehler des Ganzen. Wir alle haben schlecht gehandelt. Weil wir, ich habe früher auch, ich war Teil des Gesundheitswesens und habe Schlechtes getan. Weil ich es nicht besser wusste, ich habe die vorteilbringenden Irrtümer der Psychotherapeuten und Psychoanalytiker und so weiter Branchen geglaubt. Ich habe die vorteilbringenden Irrtümer, mit denen man Geld kassieren kann und die Bürger abzocken kann, die Kunden abzocken kann. Denn die habe ich geglaubt, so wie jeder andere Psychotherapeut auch, der durch die gleiche Schule gegangen ist und der an der Universität das studiert hat und so weiter. Wir glauben unsere vorteilbringenden Irrtümer, aber die Next Scientists for Future.de, das ist ja gerade, und der Weltrat, das ist ja gerade der Punkt, dass es hier darum geht zu reflektieren, dass ein schlechtes System uns alle zwingt, Schlechtes tun zu müssen und dass wir deswegen unbedingt starke, positive Anreize brauchen. Wo ist es denn? Achso, das kann ich schon wieder abschalten. Das wollte ich zeigen. Achso, das wollte ich zeigen. Ja, steht ja nicht ohne Grund auf unserer Homepage. Gesellschaft kann nicht funktionieren ohne starke, positive Anreize, PAs. Weil sonst es automatisch immer dazu kommt, dass schlechtes Tun sich viel mehr rechnet als gutes Tun und der Mensch als Bio-Roboter irgendwann kommt in einer Sparte ein Irrtum auf. Der erweist sich als vorteilbringender Irrtum und dann kann man gutes Geld verdienen auf Kosten des Restes der Weltbevölkerung, ohne sich einer Schuld bewusst zu sein, weil man ja seinen eigenen vorteilbringenden Irrtum glaubt, den Irrtum für Wahrheit hält und dadurch alles ruiniert. Ja, und dieses kleine Denken, das ist das Problem. Und ja, also letztendlich, ich gehe nochmal hierhin wieder. Ja, also dieses, und es fehlt diese überall bei die Basis, da neigt man wieder zu Mini-Reformchen. Und die Wähler warten aber auf den ganz großen Wurf, der Next Scientist for Future. Übrigens in einer neuen Umfrage, der neuesten Umfrage, haben die Grünen 28 Prozent und die CDU ist 27 Prozent. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Wir können den Kanzler stellen mit 28 Prozent, könnte die Basis mit 28 Prozent den Kanzler stellen. Dazu müsste sie aber den Mut zum ganz großen Wurf haben und Dr. Wodak müsste den Mut haben, die Gespräche, die vor dem Corona-Ausschuss mit den Next Scientists for Future ja begonnen haben, die weiter fortzuführen und dann wirklich dazu beizutragen, dass wir den ganz großen Wurf kriegen. Denn nur der ganz große Wurf, der Next Scientist for Future.de hat in einer simulierten Bundestagswahl eben diese 56 Prozent erreicht. Und wenn wir davon nur 28 Prozent schaffen würden, dann könnte man den Kanzler stellen. Aber eben ohne den ganz großen Wurf werden die Wähler nicht hinterm Ofen hervorgeholt. Warum soll ich wegen so einem kleinen Mini-Reformchen, wie sie die Basis im Kopf hat, wo sich nichts wirklich Grundlegendes ändert bis jetzt. Also bis jetzt ist quasi für mich als Wähler das, was die Basis anbietet, einfach nur uninteressante Mini-Reformchen. Und dafür würde ich nicht das Risiko eingehen, meine Wahlstimme zu vergeuden an einer Partei, die möglicherweise sowieso bei 4,9 Prozent hängen bleibt und damit sozusagen sowieso wertlos ist, also die Stimme dann wertlos ist und ich damit eigentlich die politischen Gegner nur stärke. Also der Bildungsmangel ist eben der, dass man nicht erkennt, dass alle Sparten, also auch alle Parteimitglieder von die Basis und nicht nur das Gesundheitswesen jetzt der Menschheitsbevölkerung schadet, sondern dass wir alle das Problem haben, dass die wahrheitsorientierten Spartenmitglieder einfach nach Erfindung von Tauschhandelmarkt und Arbeitsteilung nicht sozusagen nicht viel verdient haben und eben eher ausgestorben sind, während die, die nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion sich irrten, die Spartenvertreter jeder Sparte, jeder gesellschaftlichen Branche und jedes gesellschaftlichen Teilbereiches, kurz Sparte genannt, jeder, wer ein Irrtum im Kopf hat, der macht in diesem System bessere Geschäfte, kann mehr Enkel und Urenkel ernähren, findet mehr Azubis und findet mehr Studenten und dann wird eben der, der Vorfahre von Trosten, Wieler und Lauterbach und Aldi, Alnatura, Rewe und so weiter und das ganze System ist falsch. Wir brauchen den großen Wurf, wir müssen überall in jeder Sparte der Gesellschaft neue, starke, positive Anreize setzen, damit endlich das schlechte Tun aufhört. Und denn was passiert, wenn jemand einen vorteilbringenden Irrtum im Kopf hat und Schlechtes tut, wenn wir ihm dann positive Anreize setzen, sodass er also nur noch dann verdient, wenn bewiesenermaßen er Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit und wenn es sich um eine Behörde handelt, sogar auch den Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner nachweislich gefördert hat, dass nur noch der Verdienstzuschüsse und andere positive Anreize bekommt, wie Karrieremöglichkeiten, Beförderung und was auch immer, dann passiert es so, dass der, der sich irrt, dahin rückt und ausstirbt und der, der Wahrheiten im Kopf hat, die sich dann als vorteilbringende Wahrheiten erweisen, der macht dann den großen Erfolg sozusagen. Und so soll es ja auch sein. Das heißt also, es geht darum, dass man nur über starke, positive Anreize sozusagen bewirken kann, dass dann die Wahrheiten sich als vorteilbringende Wahrheiten erweisen und sich dann durchsetzen, während wir im Moment alle von vorne bis hinten durchmanipuliert sind durch die vorteilbringenden Irrtümer, die parasitären Meme oder Killer-Viren des Geistes. Und Wolfgang Wodag, wir müssten ja nur das Gespräch fortsetzen. Wir waren uns ja völlig einig, dass es darum geht, neue Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen das ärztliche Handeln sozusagen menschenfreundlicher wird. Und von diesem Konsens ausgehen müssten wir doch nur weiter diskutieren und jetzt nicht wieder bei den kleinen Würfen hängenbleiben und bei irgendwelchen kleinen Lösungen bleiben, die niemanden vom Stuhl reißen sozusagen. Und noch einmal der entscheidende Punkt. Wie kommen Sie, liebe Zuhörerinnen, wie kommen Sie oder andere Menschen, mit denen Sie Zutun haben, wie kommen die auf die Idee, dass das Weltbild, das man so hat, eben nicht aus Manipulationen besteht, also aus all den vorteilbringenden Irrtümern, die die verschiedenen Sparten in unsere Köpfe hineinkatapultiert haben im Sinne von Killerviren, das Geistes, von parasitären Memen. Also das Weltbild des normalen Bürgers besteht zu überwiegenden Anteilen aus den vorteilbringenden Irrtümern der verschiedenen Sparten, von denen die Sozialsparten die gefährlichsten sind, inklusive der NGOs und der Arbeitsamtmitarbeiter. Das sind die gefährlichsten Sparten der Gesellschaft und die zweitgefährlichsten vielleicht die Gesundheitssparten und die drittgefährlichsten vielleicht die Rüstungssparten und so weiter. Aber alle Sparten sind brandgefährlich. Auch die Sparteninnere Sicherheit sind brandgefährlich und richten gewaltige Schäden an, weil sie eben alle davon leben, dass es mehr Kriminalität gibt und nicht dafür belohnt werden, wenn es weniger Kriminalität zum Beispiel gibt. Sodass sie alle, wir alle unnötig Opfer von Straftaten von anderer werden, weil das ganze Rechtssystem darauf hinwirkt, die Zahl der Straftaten zu erhöhen und damit die eigenen Karrieremöglichkeiten zu erhöhen. Also insofern, liebe Basismitglieder, erkennen Sie, dass Ihre eigene Sparte genauso marode ist wie das Gesundheitswesen. Und dass auch Ihre eigene Sparte mit vorteilbringenden Irrtümern der Weltbevölkerung gewaltigen Schaden zufügt. Nicht nur die Gesundheitssparten. Und ja, das ist eben der entscheidende Punkt. Können Sie sich öffnen, liebe Mitglieder von die Basis dafür, dass auch Ihr Weltbild ausschließlich und überwiegend aus vorteilbringenden Irrtümern, Ihrer eigenen Sparte und aller anderen Sparten besteht, dass wir alle durchmanipuliert sind und dass es eben eine Instanz gibt, die dafür kämpft, ein Weltbild zu erstellen, das möglichst frei ist von möglichst allen vorteilbringenden Irrtümern aller Sparten. Und das sind eben die NextScientistsForFuture.de und der Weltrat. Aber ich kenne keine andere Instanz auf der Erde, die diesem Ziel auch nur halbwegs nahe gekommen ist. Alles sind irgendwie Leute, auch wenn ich an die Gemeinwohlökonomie denke, alles nur Leute voll von irgendwelchen vorteilbringenden Irrtümern, irgendwelcher Sozialsparten, irgendwelcher NGOs, irgendwelche Geschäftsmodelle, kapitalistische Geschäftsmodelle und so weiter. Und eben wenig Platz für Wahrheiten. Ja, und wie gesagt, die positiven Anreize, die kann man dafür, kann man Messgrößen verwenden, die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve, der tatsächliche Gesundheitsaufwand wird verglichen mit der Erwartungskurve. Das sind so eben, und die Steuer- und Abgabenleistung, das sind Messgrößen, die sehr wichtig sind und so weiter. Und dann noch einmal erinnere ich an den größten Irrtum, den die vorteilbringenden Irrtum, den die Sozialsparten verbreiten, nämlich dass jedes neugeborene Kind ein potenzielles Genie sei und alles nur eine Bildungsfrage sei. Dieser Zentralirrtum führt dazu, dass mittlerweile hier die Leute mit den wenig leistungsfähigen Gehirnen viel zu viele Kinder bekommen. Dadurch ist ständig ein Nachschub an Kunden für die Sozialsparten daraus resultiert, während hier alles getan wird, dass diese Leute hier die leistungsfähigen Gehirne möglichst wenige Kinder bekommen. Und dadurch wird Deutschland total zerstört, weil wir im Durchschnitt immer dümmer werden. Und immer dümmer werdende Menschen, made in Germany, wird dann heißen, made von Inkompetenten. Und diese Produkte will dann der Weltmarkt irgendwann nicht mehr kaufen, weil die deutschen Produkte einfach Millimeter für Millimeter weniger kompetent werden. Und deswegen müssen wir endlich uns befreien von diesem zentralen Vorteil bringenden Irrtum. Alle Menschen seien, alle Neugeborenen seien gleichermaßen Genies. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man dann gedacht hat, es ist egal, wer aus dem Ausland reinkommt, anstatt zu sagen, Nein, wir wünschen uns die, ja, wo ist es denn? Moment. Wir wünschen uns die, die tolle, na, jetzt bin ich falsch. Ja, da, 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 ich muss ja erstmal hier draufklicken. Wir wünschen uns die, ja, hier die, 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 die kluge, fähige, schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin, die in Deutschland arbeitet, mit ihr, mit ihren tollen Genen und die dann Kinder bekommt mit schon länger hier lebenden Deutschbürgern, Männern und so weiter, sodass dann keine Parallelgesellschaft besteht, entsteht, sondern ihre guten Gene sozusagen in uns befruchten und unseren Genpool anreichern, sozusagen mit hochwertigen Genen. Ja, so muss es sein. und dann hier Kinder bekommen, sozusagen, damit es mit Deutschland wieder bergauf geht und nicht weiter bergab geht. Ja, und ja, da kann man drüber nachdenken, wie weit der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus sozusagen uns die kommunistische Kommunenlebensweise geraubt hat und uns dadurch in Richtung des unglücklichen, einsamen, kaufsüchtigen, konsumsüchtigen, alkoholsüchtigen, zigarettensüchtigen Singles verwandelt hat, Süßigkeiten-süchtigen Singles, essüchtigen Singles und weil eben wir dann am meisten kaufen, also dass da eben entsprechende vorteilbringende Irrtümer unser Weltbild und unser Denken so verändert haben und damit auch unsere Motivationslagen so verändert haben, dass wir eben unglücklich werden mussten und dann aber gekauft haben. Und dann, wie gesagt, wir müssen sofort aufhören mit der Feindschaft gegenüber den Milliardärspolitik und Journalistenkönigen, müssen mit ihnen gemeinsam dieses Problem lösen und müssen eben dafür sorgen, dass die WählerInnen das Land regieren und nicht wie bisher die Konzerne, Lobbyisten und so weiter, Parteien und so weiter, sondern die WählerInnen das Land in die Hand bekommen und das übrigens mit dem geringstmöglichen zeitlichen Aufwand. Viele haben Konzepte, bei der Gemeinwohl-Lobby werden auch so Konzepte diskutiert, die eben sehr viel Zeitaufwand für die WählerInnen bedeuten. Man vergisst aber dabei, dass diese wenigen 45 Millionen Leute, die überhaupt zur Wahl gehen in Deutschland von 83 Millionen, ja, diese 45 Millionen meistens hart arbeitende, vollbeschäftigte Leute sind, die nicht das geringste Interesse haben, noch einen Fulltime-Job-Politik dazu zu bekommen, sondern denen müssen wir als Next Scientist for Future haben wir das getan, zeigen, wie man mit minimalem Zeitaufwand sozusagen eine vollständige echte Basis-Demokratie der WählerInnen hinbekommt und nur das ist der große Wurf, ja, und wie gesagt, NGOs könnten die gefährlichsten Sparten überhaupt sein, weil sie alles in der Welt verschlechtern, neigen durch ihre vorteilbringenden Irrtümer, damit sie dann Spendengelder für ihre Geschäftsführer und das Portmanetier-Geschäftsführer bekommen sozusagen und deswegen kann es sein, dass eben die NGOs die gefährlichsten Elemente auf der ganzen Welt sind, weil sie vielleicht mehr Leid und Elend erzeugen auf der Welt als jede andere Sparte. Ja, und wie gesagt, und dazu muss man eben auch die Evolution der letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses Universums verstehen, damit man das alles versteht und versteht, dass wir eben auch jetzt schon in einem Gehirndegenerationsprozess uns befinden, dass wir durch Ackerbau und Viehzucht auch körperlich mickriger geworden waren und dass wir sozusagen jetzt ja, zumindest in einem Gehirnschwundprozess uns befinden und eben immer dümmer werden eben auch wegen des vorteilbringenden Irrtums, dass eben alle neugeborenen Genies seien und wie gesagt, die politische Szenerie, die links- und rechtskriminellen Verfassungsfeinde sind die eben mit diesen wenig leistungsfähigen Gehirnen und hier nur hier finden sich die guten Reformideen bei der bodenständigen Linken, den Next Scientists for Future und einige ja, da müssen die vernünftigen Gespräche stattfinden bei der Spitze des Denkens ja, und dann geht es hier noch kurz weiter ja, dann hier der große Wurf bedeutet hier mit diesem Programm den sechs Kettengliedern der Machtbegrenzungs- und Demokratisierungskette echter Basisdemokratie da, so bringt man innerhalb mit ultra kurzem Zeit, ganz geringem Zeitaufwand gestaltet man die Gesellschaft so, dass die 45 Millionen Wählerinnen, die sich an Wahlen beteiligen, das Land regieren und nicht mehr die Konzerne, nicht die Lobbyisten, nicht die Parteien, nicht, sondern die das Land regieren und alle ihnen dienen müssen, Politiker dienen müssen, Journalisten dienen müssen, Medien dienen müssen, ja, und alle uns dienen müssen, deswegen hier auch Medienreform, ja, habe ich schon oft erklärt, schauen Sie die Sendung 804, da wird jetzt nochmal zusammengefasst bis auf die Reform der 5% Hürde, die ja auch unbedingt nötig ist, ja, so, schauen Sie alles, was verfügbar ist, im Moment ist ja vieles privat gestellt, weil eben sozusagen durchaus auch jetzt die Zensur wirklich, bis vor kurzem haben wir gesagt, YouTube zensiert nicht, aber mittlerweile zensiert es eben doch und es ist mittlerweile nähern wir uns schon einer Art Diktatur des Gesundheitswesens, des weltweiten Gesundheitswesens, ne, und hier nochmal also dieser hoch egoistische Akt, der fälschlicherweise als selbstlos bezeichnet wird, eine Mutter stillt ihre, die Aussackung ihrer selbst in die Zukunft hinein, es gibt keinen egoistischeren Akt als die Mutter, die ihr Kind stillt sozusagen, weil das Kind ist eine Aussackung ihrer selbst und auch des Vaters in die Zukunft hinein und wir Bio-Roboter streben also an immer solche Aussackungen in der Zukunft zu hinterlassen, dafür brauchen wir viel Futter und brauchen wir den Kontakt zu guten Eizellen oder guten Samenzellen und solche Maschinen sind wir halt und dabei finden wir halt nichts wenn wir vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben wir haben nicht den Zwang dann immer nach Wahrheit fragen zu müssen wenn das Geschäft doch brummt durch die vorteilbringenden Irrtümer und wir dadurch viele Aussackungen unserer selbst in die Zukunft schicken können und in der Zukunft dadurch noch wir noch vorhanden sind genetisch sozusagen dann ist das Gehirn da sehr tolerant und lässt eben die vorteilbringenden Irrtümer Irrtümer unangetastet und es gibt eben nur wenige Instanzen wie die Next Scientist for Future bei denen das so weit geht dass man eben auch die eigenen vorteilbringenden Irrtümer angetastet hat sozusagen und dann erkannt hat dass wir alle voll sind von vorteilbringenden Irrtümern ja und ja eben das ist nochmal das Beispiel das Denken in Volksentscheid Wahlprogrammen statt in einseitigen Wahlprogrammen hier Volksentscheid Wahlprogramme ja mit bis fünf Vorschlagsgruppen wie was anders werden soll und als sechste Wahlalternative müsste hier unten so ein Kreis sein irgendwo alles beim Alten zu belassen ja und ja das war es also ich hoffe dass sich die Basis die Basis die Wähler es gibt nur noch eine Lücke in der Parteienlandschaft für eine Partei des ganz großen Wurfs und den bieten den Können nur von der Kompetenz her nur die next scientists for future .de und am Dienstag werden wieder zwei Mitglieder von die Basis Deutschland in der Talkshow sein bei uns oder am Montag ich weiß es ja am Montag ja aber es fehlt noch dass die gesamte Basis sagt wir müssen endlich umstellen auf einen ganz großen Wurf denn mit dem kleinen Wurf mit dem ganz kleinen Wurf werden wir eben ich fürchte ja dass bei in Sachsen Anhalt die Basis auf 0,5 Prozent hin steuert weil dort die Konkurrenz durch die AfD unendlich stark ist und 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 das dann eben so langsam das Ende dieser Partei erreicht sein wird weil die Leute alle erkennen werden ja hoppla wir vergolden ja letztendlich alle nur unsere Wahlstimmen indem wir die Basis wählen weil das aus der wird ja nichts und ich bin mal gespannt ob sie über 0,5 Prozent hinaus kommen in Sachsen Anhalt aber wie gesagt es gibt nur noch eine Lücke in der Parteienlandschaft Deutschland der ganz große Wurf wirklich alles besser zu machen als bisher und nicht das kleine Würfchen und das Mini Reformchen und so weiter und vor allem eben nicht nur sehen das Gesundheitswesen ist von Übel für uns alle sondern alle Sparten der Gesellschaft sind von Übel für uns alle und wir müssen überall positive Anreize setzen damit Gutes Tun endlich sich rechnet und endlich auch gemacht wird ja das war es schon wieder Tschüssi bis bald